KOMPASS – Bildgebende Systeme für Hinderniserkennung und Overspeed Prevention AIT – Austrian Institute of Technology Komplexe Verkehrssituationen im urbanen Umfeld stellen auch eine große Herausforderung für Straßenbahnen dar. Um Unfälle durch Kollisionen und Entgleisungen zu vermeiden, forscht das Austrian Institute of Technology gemeinsam mit Bombardier und Mission Embedded an der intelligenten Straßenbahn. Diese kann mithilfe der KOMPASS-Technologie und einer Reihe von innovativen Algorithmen Hindernisse erkennen und die Lenkerinnen und Lenker bei der Wahl der richtigen Geschwindigkeit unterstützen. Bei Gefahr generiert die optische 3D-Sensorik eine akustische Warnung und die Straßenbahn bremst automatisch ab. Eine Besonderheit ist die Ermittlung der exakten Fahrzeugposition mithilfe der Bildinformationen. Das Verfahren funktioniert unabhängig von GPS und benötigt auch keine zusätzliche Infrastruktur. Neue Wege wollen wir weisen mit der Entwicklung eines Systems für künstliche Intelligenz. Die Straßenbahn der Zukunft soll verstehen lernen, was um sie herum passiert. Zusammen mit unseren Partnern Bombardier und Mission Embedded wird dieses System hier in Wien entwickelt und produziert. KOMPASS – eine Hightech-Lösung made in Austria für die intelligente Straßenbahn der Zukunft. KOMPASS – eine Hightech-Lösung